Thomas Fritsch war ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Schlagersänger. Der Sohn des Schauspielers Willi Fritsch wurde in den 1960er Jahren zunächst durch Hauptrollen in verschiedenen Kinofilmen und für einige Zeit als Teenager-Idol bekannt, später war er vor allem durch zahlreiche Serienrollen präsent. Als Sprecher war er unter anderem als deutsche Stimme von Russell Coe und Jeremy Irons, bei Zeichentrickfilmen wie Der König der Löwen und Ice Age sowie in der Hörspielreihe Die Drei. Als Erzähler tätig, Leben und Karriere, Herkunft und Anfänge Thomas Fritsch war der Sohn des Ufer-Filmstars Willi Fritsch und der Tänzerin und Schauspielerin Dina Grace. Bei Kriegsende flüchtete die Familie nach Hamburg, wo Fritsch nach der mittleren Reife bei Eduard Marx, dem Leiter der Schauspielklasse der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, studierte und ferner noch Gesangs- und Ballettunterricht nahm. Gustav Gründgens riet dem damals 16-Jährigen zu einer Schauspielkarriere. Theater Sein Bühnendebüt gab Fritsch 1964 am Stadttheater Heidelberg als junger Dichter Eugene Marchbanks in George Bernhard Schoes Komödie Candida. Es folgten Engagements unter anderem am Frankfurter Fritz-Rehmen-Theater, der kleinen Komödie am Max II in München, der Stuttgarter Komödie im Marquard, an den Hamburger Kammerspielen und an der Komödie am Kurfürstendamm. In der Spielzeit 1974-75 war er am Wiener Theater in der Josefstadt in Verrenk Molnars Drama Der Schwan als Fechtlehrer Dr. AGI zu sehen. Zur Spielzeit 1982-83 übernahm er ebenfalls dort in dem Lustspiel Christinas Heimreise von Hugo von Hofmannsthal die Rolle des jungen Venetianer Florindo. Vorwiegend wirkte Fritsch aber in Boulevardstücken, wie etwa in Colets Komödie Cherie oder in dem Musical Irr Maladus. 1985 spielte er unter der Regie von Wolfgang Spier an der Komödie am Kurfürstendamm in Ellen Eickburns Verwechslungskomödie Halbe Wahrheiten den jungen Sonny-Boy Greg Pointer. In der Spielzeit 2003-04 war er am Theater an der Kö erneut in einer Bühneninszenierung von Ikeburns Komödie zu sehen. Er übernahm die Rolle des heimlich seitenspringenden Macho-Ehemann Philip Carter. Seine letzte Rolle am Theater spielte Fritsch von 2006 bis 2009 an der Seite von Carsten Speck in Michael Pertwes Beziehungskomödie Sextet. Film und Fernsehen noch während der Schauspielschule wurde Fritsch für den Film entdeckt. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen Julia, Du bist zauberhaft, Das schwarz-weiß-rote Himmelbett und Das große Liebesspiel. Er spielte an der Seite der damals bekanntesten Filmschauspielerinnen wie Lilli Palmer, Hildegard Kneff, Dalia Lavi und Marie Versini. Mit seinem Vater Willi Fritsch stand er dreimal vor der Kamera. 1964 in dem Spielfilm Das hab ich von Papa gelernt sowie für die ZDF-Fernsehshows Das gibt's doch zweimal und andere Zeiten, andere Sitten. Die Thomas Fritsch Show Nach einem vorübergehenden Karriereknick gelang Fritsch 1977 ein gefeiertes Comeback durch seine Hauptrolle in der Fernsehserie 3 sind einer zu viel an der Seite von Jutta Speidl und Herbert Herrmann. In der Folge wurde er erneut zu einem der beliebtesten und populärsten deutschen Schauspieler. 1989 war Fritsch erneut an der Seite von Jutta Speidl in der elfteiligen ZDF-Serie Rivalen der Rennbahn als Jockey Christian Adler in der Serienhauptrolle zu sehen. Neben regelmäßigen Gastauftritten in Einzelproduktionen von Krimiserien wie Derrick oder Der Alte war er regelmäßig Gastdarsteller in Fernsehserien wie Glückliche Reise, Unser Charlie und Hallo Robbie. Und er übernahm auch häufig Haupt- oder Gastrollen in diversen Romanverfilmungen von Rosamunde Pilcher. In der Rolle des Earl of Cockwood begeisterte Fritsch 2004 noch einmal in der Kinoproduktion der Wichser, einer Parodie auf die Edgar-Wallace-Filme der 1960er Jahre. Von 2006 bis 2007 übernahm er in vier Staffeln der ProSieben-ORF-Serie die Märchenstunde die Rolle des Märchenerzählers. 2008 war er neben Hans-Werner Mayer und Lisa Martinek in dem deutsch-österreichischen Fantasy-Film Das Wunder von Loch Ness als Zauberer Merlin zu sehen. In der siebenteiligen ZDF-Filmreihe Meine Wunderbare Familie übernahm er an der Seite von Tanja Wethorn von 2008 bis 2010 die durchgehende Rolle des Peter Engelmann. In den 1980er Jahren bewarb er die Praline-Mancherie des italienischen Herstellers Ferrero. Synchronisation neben seinen Tätigkeiten am Theater und im Fernsehen arbeitete Fritsch auch als Synchronsprecher. So synchronisierte er unter anderem Russell Crowe, Jeremy Irons, Aslan, Charles Shaughnessy und Edward James Olmos. Des Weiteren wirkte er in den deutschen Fassungen einer Reihe bekannter Disney-Zeichentrick-Filme mit, darunter als Ska in Der König der Löwen und Nils in Findet Nemo. Er sprach in der South Park-Folge Die Russell Crowe Show Die Zeichentrick-Figur von Russell Crowe. Darüber hinaus war er auch in der Rolle des Diego in Ice Age, Ice Age 2 Jetzt Tauts, Ice Age 3 Die Dinosaurier sind los, Ice Age 4 Voll verschoben und Ice Age Kollision voraus. Zu hören In der HBO-Serie Game of Thrones synchronisierte er James Faulkner in der Rolle des Rendul Thali. In der Zeichentrick-Adaption von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer sprach er die Rolle des Lukas. In den beiden Realverfilmungen von Jim Knopf, den Kinofilmen Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer von 2018 und Jim Knopf und Die wilde 13 von 2020, lieh er dem Erzähler seine Stimme, seine letzten Arbeiten als Sprecher. Sprechertätigkeiten neben dem Schauspiel und seinen Synchronarbeiten war Fritsch regelmäßig als Hörspielsprecher tätig. Von 2002 bis März 2017 übernahm er den Part des Erzählers in der Hörspielreihe Die 3, den er auch vor 12.000 Zuschauern bei dem Live-Auftritt Superpapagei 2004 zum Besten gab. 2008 übernahm er in der mehrteiligen Hörspiel-Serie zum Computerspiel Sacred 2 die Hauptrolle des Schattenkriegers Galen. In der deutschen Fassung des Computerspiels Civilization IV wirkte er ebenfalls mit, er vertonte jene Texte, die im Original von Leonard Nimoy gesprochen wurden. Schlagersänger in den 1960er Jahren war Fritsch als Schlagersänger aktiv und zierte als Teenager-Idol mehrmals das Cover der Jugendzeitschrift Bravo. Im Dezember 1963 gelang ihm mit der Single Wenn der Mondschein nicht so romantisch wäre, auf Platz 13 sein erster und zugleich höchster Einzug in die deutschen Single-It-Charts. In den Jahren 1964 und 1965 nahm er gemeinsam mit seinem Vater die beiden Langspielplatten Das hab ich von Papa gelernt und das gibt's doch zweimal auf. Mehrfach arbeitete er mit der Liedermacherin Susan Dussé zusammen. Privates und Tod Fritsch engagierte sich im Tierschutz. 1990 wurde bei ihm ein Gehirntumor diagnostiziert. 2006 bekannte er sich zu seiner Bisexualität. 2019 wurde bekannt, dass Fritsch an Demenz erkrankt war. Thomas Fritsch starb am 21. April 2021 im Alter von 77 Jahren. Er lebte lange Jahre abwechselnd in München und auf der griechischen Insel Mykonos. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in einer Berliner Seniorenwohngemeinschaft. Thomas Fritsch wurde vor der Insel Sylt im Meer bestattet. Auszeichnungen 1963 Bambi 1963 Ernst Lubitsch Preis für seine Rolle in Das schwarz-weiß-rote Himmelbett 1964 Bravo Otto 1965 Bravo Otto 1966 Bravo Otto 1977 Bravo Otto 2002 Deutscher Preis für Synchron für herausragende männliche Synchronarbeit in Second Chance Alles wird gut.